Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer bei der nächsten Ausgabe von Let's Play. See Walking Dead, ich bin der 93 Jovo, im letzten Teil konnten wir nur mit Hilfe eines Menschenopfers unsere Vorräte aufstocken. Danach gab es ein bisschen Streit mit der Lilly und Carly hat uns danach geraten, wir sollten den Leuten aus unserer Gruppe sagen, dass wir ein verurteilter Mörder sind. Reden wir erstmal mit der Lieben Clementine. Was machst du denn? Das ist hohe Kunst! Hey Clementine. Hey Lee. Was machst du so? Ich muss dir was sagen. Was ist das, was du anstiegst, Clem? Es ist eine Liefrubbung. Meine Lehrerin, Frau Moore, hat uns gezeigt, wie wir ihn machen, als wir in den Botanischen Garten gingen. Ah, das kenne ich. Das kenne ich. Oh, gefällt es dir? Ich muss dir was sagen. Gefällt es dir hier? Ich mag es nicht hier. Willst du gehen? Wo sind wir gehen? Somewhere anders. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich weiss, wo? Ja, das wäre eine gute Sache, zu wissen. Sie sollte es auf jeden Fall erfahren. Ich habe immer jemanden getötet. Am Tag, als du und ich kennst, war ich in einem Auto-Axziden. Ich erinnere mich. Dein Leger blieb. Das Auto, in dem ich in war, war ein Polis-Axziden. Und ich war auf meinem Weg nach den Städten, um einen Krieg zu machen. Ich muss es dir jetzt erzählen, weil ich es nicht möchte, dass du es in irgendeiner Weise hören möchtest. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht schlecht von mir denkt. Dieses Gesicht, dieses traurige Gesicht. Hoffentlich denkt sie jetzt schlecht nicht von mir. Das möchte ich nicht. Hey, ihr zwei. Wie geht's? Wir sind okay. Ich habe nur ein kleines Spat. Wir haben alle Waffen jetzt. Und ich mag es nicht. Es ist so, wie es muss sein. Ich weiß, aber ich bin nicht dran. Ich bin sorry. Wie geht's, Lee? Okay, also mal einen Moment, Katja, was die Waffen angeht. Okay, okay, okay. Ich wollte nur sagen, Katja, es ist wahrscheinlich gut, dass sie dich nicht so fühlen. Danke, Lee. Aber wir brauchen sie. Wir müssen uns verteidigen. Kenny, hast du mal einen Moment? Katja, kann ich kurz mit dir reden. Kenny sollte es auf jeden Fall erfahren. Kenny, hast du einen Moment? Ich muss dir etwas erzählen. Ja? Was hast du? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das wird nicht leicht. Ob ich es der Katja auch sagen sollte? Es ist ernsthaft. Okay, sollte ich unten sitzen? Komm schon. Ich konnte dich erst ins Sacken. No, also halt dich fest. Ich habe jemanden getötet. Ich wäre auf dem Weg ins Gefängnis. Ich war, äh, auf meinem Weg ins Gefängnis drei Monate vor. Äh, was? Nein, es war nicht. Weil wir zwei hier haben. Ich habe einen Mann in einem Kampf. Wie kann ich so etwas von mir denken? Wollte ich mich überraschen, ob es in deinem Kampf gibt, was rauskommt? Nein. Gut. Aber du solltest es wissen. Wenn wir Zahlen machen müssen, wenn es zu einem Boot kommt, wird das wichtig. Okay, jetzt noch Katja. Ich finde, sie sollte es auch erfahren. Hi, Leute. Könnte ich euch über etwas sprechen? Natürlich. Ist alles okay? Ich war, äh, auf meinem Weg ins Gefängnis drei Monate vor. Du hast mich immer mit kinder Augen gesehen. Ich wüsste, ob du das immer noch tun könntest, wenn du, äh, und ich wusste, dass ich ein verabschiedet bin. Mein Gott, für was? Wie viel Probleme kann ein Lehrer in die Hand nehmen? Well, viel. Aber es hat nichts mit dem zu tun. Es war für den Mörder. Warum? Er und meine Wälder waren... Das ist genug. Sag mir, was hat passiert, wenn du in der Dairy in den Kühlschrank warst? Okay, sie möchte es erfahren. Kenny wollte es ihr wohl nicht sagen. Oh, ob ich in diesem Teil, ob ich in diesem Teil die richtigen Entscheidungen treffe. Alles wird immer wieder ändern. Leider. Gut. Sie weiß es jetzt auch. Ben. Wo ist Duck? Wo ist der kleine Duck? Woohoo, Duck, wo bist du? Wo versteckst du dich? Duck? Schaut euch diese Moves an! Wo ist Duck? Wo ist der kleine Junge? Oder können wir mit ihm etwa nicht reden? Es klingt, dass Kenny eigentlich das Ding läuft. Ich glaube es, wenn ich es sehe. Gut. Reden wir einfach mal mit ihm. Hey, Ben. Was ist denn, Lee? Was denkst du über Lily? Sie schützt mich aus. Das ist eine rechtliche Sache, um dich zu fühlen. Ich bin nur überrascht, dass sie sich schnappen wird. Oh, okay. Ich hatte recht damit. Er ist ja ein ängstlicher Charakter. Und wenn wir ihm jetzt sagen, dass wir ein verurteiter Straftäter sind, hätte er wahrscheinlich Angst, dass wir auch ausflippen. Wenn aber der Moment kommen würde, dann wüssten ja auch Kenny und Katja Bescheid. Und klemmt dann auch. Vielleicht würden sie es dann für mich büden. Ja, ja. Ben erinnert mich ein bisschen an mich selbst, und ich würde sowas vielleicht gerne wissen. Ich werde es bereuen. Hey Ben, ich werde es bereuen. Shirley, ist es über meine Beine? Ich versuche, einen guten Job zu machen. Du machst es gut. Oh, ich bin ein verurteeter Mörder. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich war, äh, auf meinem Weg zur Prise, bevor dieses. Wow, wirklich? Was, ähm, warst du da? Es ist nicht wichtig. Oh. Nur, wenn du nichts hörst, ist es wahrscheinlich wahr. Und jetzt wissen sie es. Mehr braucht er nicht zu wissen. Danke, dass du mich vertraust hast, Mann. Ich, äh, ich... Ben, relax. Okay. Yo. Gut. Wir haben sozusagen, anstatt außer Doug, dem wir jetzt, wo wir jetzt nicht wissen, wo er ist, haben wir es allen gesagt. Besonders bei Ben. Das hat mich überrascht. Ich habe mit Kenny gesprochen. Nee, ja, ja. Ich, äh, habe mit Kenny gesprochen, wer ich bin. Und? Ich weiß nicht. Es fühlt sich, dass ich ihm nur Anmeldung gegeben habe, wenn wir überhaupt keine schweren Entscheidungen machen müssen, wenn es zu einer Kopfkampung geht. Ah, well, don't worry. I talked to Katja. Had she take it? She was fine, I guess. I think she's more upset about Kenny. Because of the St. Johns? What exactly did he do back there? Don't you start. I talked to Clementine about things. Had she handled it? I don't know. She's tough to read. She adores you. Don't worry. Ich hoffe es. Auch. Es war die Vergangenheit. Jetzt würde ich wirklich mein Leben für sie geben. Ich, äh, told Ben. You told Ben? Ja, 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 dat, dat, dat. Funny, dass du ihn hattest. Low risk. Geringes Risiko, was? Ich nehme es, dass er nicht wusste, was mit der Information zu tun hat. Nicht sogar ein bisschen. Er ist einfach glücklich, dass ich ihm etwas gesagt habe. Das ist ja, oder? Ich will dich später reden. Ich will dich später reden. Oho, wir wollen reden. Gut. Jetzt heißt es mit Lily reden. Ey, nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Oh, ich hab mir die Chavelle. Hey, klar. Hey. Was war das für ein Blick? Das ist ein Blick, den man seiner Katze gibt, wenn die irgendwas verbockt hat. Mau. Gut. Klopf, klopf. Lies, da. Geht's soweit gut? Ich bin sorry. Du musst nicht entspringen. Wollte du hierher kommen, um mir zu hell oder mich zu kordeln? Ich wollte auf die Vorräte fragen, du verlierst die Fassung, du musst dich, aber... Ich wollte eine Folge auf, was du gesagt hast, über die Verkaufelung. Wollt ihr, was passiert? Ich weiß nicht, ich habe nur gehört, dass du es erwähnt hast. Dinge sind missing, und ich könnte deine Hilfe nutzen. Was hast du für Anhaltspunkte, der was in... Was hast du für Anhaltspunkte? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Lilly. Die Kuntze off, und es ist die guter Sache. Antibiotics, Oxy, fuck, anything mit Opium in es. Ich sehe die Kunt, und es ist fine. Ich behalte meine eigene. Das ist ein, das zu spüren. Ich bin ein fucking Spüren jetzt, aber ich bin nicht so dumm. Ich weiß, was passiert, wenn ich ein Witch Hunt beginne. So, du willst mich zu starten? Ich will, du zu spüren. Was ist da zu gehen? Ich habe das, das in die Garten. Wir haben nicht aus dem Gerät, wir fixen es. Du würdest nur versuchen, eine Flaschleitung zu entfernen, wenn du es benutzt, wenn du es nicht brauchst. Okay, ich werde mich umsehen. Danke. Ein Mysterium. Jesus, Doc. Entschuldigung? Ich hörte, dass ihr alle gesprochen habt. Du musst alles nicht hören. Kann ich mir helfen? Was habe ich gerade gesagt? Du bist der größte Detektiv und ich kann Dick Grayson sein. Du bist WARD. Das ist Robin. Ich weiß, wer es ist. Okay, du bist Robin. Ja! Was mache ich? Äh... 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 Wirklich? Du hast nicht eine Flaschleitung gebrochen, oder? Nein. Sagte ich das? Nein. Hat ein Duck die Flaschleitung gebrochen? Ich glaube nicht. Ich denke so. Er hat mich immer nur für Dinge gebrochen. Wie was? Er hat eine Flaschleitung gebrochen? Hast du das gemacht? Ja. Ja. Mädchen, du... Wie laufe ich denn? Okay. Hehehe. Ach. Die Witze darf man nicht vergessen im Spiel. Frage ich mal die beiden. Wissen Sie euch etwas über dieses brokenen Flaschleitung? F***. Wir haben nicht viele davon. Ja, das ist ein Problem. Das Glas und das Blut sind alle zerbrochen. Ich sah etwas brokenes Glas über der Eis-Maschine. Ich versuchte es ab, bevor die Kinder sich selbst aufhören. Ich habe es aber vergessen. Mhm. Ein... Ein Indiz. Aha. Gut. Ben. Du von der Oma hast eine gute Aussicht. Vielleicht hast du was gesehen? Hä? Hä? Ich bin auf der Detektiv... Arbeit. War das du? Nein. Du bist nicht in Probleme, wenn es war. Ich weiß, dass du nervös bist und... Vielleicht gehst du raus, um das Bett zu gehen. Es verbruchte. Es verbruchte. Was ist mit dem 3. Degree? Ich habe keine Flaschleitung gebrochen. Okay. Okay. Ruhig, Braune, ruhig. Gut. Dann schauen wir uns mal die Schermern. Wenn sie übereinstimmen, dann wissen wir es. Und das hoch. Wenn sie passen... Perfekt. Wie ein Puzzle. Hä? Oho. Ein Kreuz markiert die Stelle. Hm. Chalk. Pink. Hm. Duck! Vielleicht. Was denkst du, es ist? Ich glaube nicht, es ist nichts. Vielleicht ist es ein Zeichen. Stimmt! Ein Hinweis, eine Markierung. Es könnte sein. Es ist pink Chalk, das ist... weird. Okay, zurück zu investigieren. Rosa kann man gut sehen. Vielleicht auch im Dunkeln, wenn man drauf scheint. Hm. Ein Komplatt. Moment mal, Kreide. Aber Clementine hat doch graue Kreide. Für die Schattierung. Ich glaube nicht, dass sie etwas damit zu tun hat. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Das glaube ich nicht. Können wir sie aber vielleicht nochmal fragen. Nur um sicher zu gehen. Achso, jetzt kommen wir sie nach dem X fragen. Nach der Kreide. Hey Clementine. Hey Lee. Hast du, äh... Hast du einen pinken Schalk? Nein. Es ist irgendwo weg. Hm. Willst du blau? Nein, nein. Es ist okay. Psst. Lee. Ja, was ist? Ich habe etwas gefunden. Was ist es? Ich habe dieses Stück pinken Schalk und eine Schraube von der Garten gefunden. Oh, gut. Wirklich? Total. Ich hatte die Szene für Clues und... Ja, Duck. Ich habe es. Gute Arbeit. Cool. Ja, Duck. Ja, Duck findet mich super krass und was für den Po ist. Au. Ah. Ah. Okay. Gut. Gut, dass wir auf ihn gehört haben. Zeig ihm mal. Zeig ihm mal. Und die Flaschleitung, Digi-Duck? Nein. Mom und Dad lassen mich nicht mehr auf andere Sachen. Lilly auch nicht mehr. Das ist wahrscheinlich für das Beste. Mehr Schalk. Hm. Verdächtig. Somebody was over here, too. See, I did good, huh? Uh-huh. Yeah, Duck. You did. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Okie dokie. Ich fühle mich hier schon wie beim rosa-roten Panther. Mal sehen. Was ist da? Anschauen. Sound. Okay. Die Bandits haben uns Hilfe gegeben. Aber sie haben jetzt seit Tagen gehalten. Wieso wohl? Hm. Oh, was für Moves, was für Moves. Was ist das denn? Da ist was drin. Ein... Hm. Lunch. Oder etwa die... Die Vorräte jetzt. Die Vorräte. Oh mein Gott. Lilly ist nicht paranoid. Sie hatte vollkommen recht. Gut. Meine Damen und Herren. Hier muss ich leider den Part beenden. Das war eine schöne kleine Detektiv-Folge heute. Muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Oh ja. Robin und Lee. Die gesetzten... Recher. Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Ich... Mir gefällt's. So. Falls Ihnen der Part gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Let's Play The Walking Dead. Ich bin der 93 Chavo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye. Bye. Bye. Arnheimer